gut da sind wir wieder und wie versprochen gibt es jetzt ein satz auch schwer weil marco hat das gesagt weißt du musst aber noch umstellen ja es gibt jetzt genau bessere gut so lassen wir den terminator vorgehen unfassbar ja ist ok gerade gerade überhaupt nicht wo hier was ist ich hab voll ich gehe mit dem schluss und wahrscheinlich noch auspasst alles klappt dankeschön sogar eine überheilung Da ist noch extra Schild dazu. Overheal! Ähm... Ja, man merkt's noch nicht so gar nicht. Hast du die Waffe gesehen? Müsst' halt gucken, wo Kisten sind, mir werden die nicht mehr angezeigt, ne? Hm, ja, ja, wir passen schon auf. Bei Kisten sind wir äh... ziemlich dreist. Na, Schadensboost, Achtung! Boah, Scheiße, jetzt hab ich zweimal gedrückt. Verstanden! Halten Sie die Stellungssergen! Ach, schütt' doch, scheiß' den Kopf hoch, Mann! Jawoll! Schön! Weg! Wir haben Feindkontakt am südlichen Munitionslager! Ich greif' jetzt an! Komm von unten! Alter, ich will doch nicht... Ja! Ach, unter uns! Ja! 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 Der Pokéball-Rei-Sh! Ja! Ha 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 ha! Pikachu ist auch dabei! Da gab es ja auch diesen Riesen-Eklat in Brooklyn, in der Anfangsmission, der Laptop. Alter, ich bin down. Hinter dir, Manni. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen besser aufpassen. Alter, wo denn? Immer schön die Augen auf, Manni, Alex. Ich bin im Schluss halt auf die Blut mit Wunden angemacht und Verkettung und lauter so Zeug, was das halt effektiv ist. Bist du, das sind alles Dinge, das ist mir viel zu komplex. Alter. Jetzt mit den Talenten, ich muss dann nur lesen, was die können und gucken, was du spielst. Und dann geht das schon. Alter. Jetzt hat es mich mal erwischt. Ey, leck mich am Arsch. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ach so, okay. Marco hat mich. Ich bin schon der Fall. Ich bekomme gerade kein freies Schussfeld. Das ist um zu kotzen, ey. Jawohl. Ich hab kein Medikit mehr, ey. Also vor der nächsten schweren Mission switche ich mal meinen Skill von Mine auf Medikit. Das kannst du jetzt machen. Nein, weil ich da jetzt sammle mich einfach ein. Uiuiuiui. Ich frag mich, ob was du uns da eingelassen hast. Ey, ey, ey. Hier kommt ja alles runter. Naja, es geht noch. Es ist echt noch akzeptabel. Ich hab's mir schliber vorgestellt. Hier ist eine Kiste, Alex. Ich kimm, ich kimm. Ja, beeil dich, dass du hier gleich einen Stahlträger auf den Kopf bekommst. Ja, ich seh gerade keine Kiste. Wo ist denn die Kiste? Ja, in der U-Bahn. Da. Da. Ja, sehe ich. Alter. Aber geiles Setting. Die Mission gefällt mir. Geht mir jemand ans Telefon. Hier klingelt's. Was klingeln? Heute ist keiner da. Ja, ist eh nur ein April-Sherz. Wobei, es ist ja mittlerweile der zweite, ne? Alter. Ja, Rambo rennt vor. Ist das cool. Ich weiß nicht. Nee, da war keiner. War da was? Doch, doch. Ja, da ist noch so Zeug. Ja, normale Supplies. Wobei, da könnte ein Medikit drin sein für dich, Alex. Nein, warte mal. Ich stelle die Fertigkeit einfach schnell um. Nein, Medikits sind so Taschen. So rote. Nein, ich stelle einfach mal meine Fertigkeit um. Geil, Muni auffüllen. Ja, geil. Äh, ja, Aufräte vorfüllen, ne? Die Aufräte vorfüllen. Hinter der Wand. Hinter der Wand. Wie, was? Achso. Der Schwerz 3 wird langsam etwas heiß, aber ist noch alles gut? Gibt es Neuigkeiten aus dem Tunnel? Wir glauben, es war eine Gasleitung. Das Feuer ist unter Kontrolle. Was ist mit dem zweiten Angriff? Das ist von der Explosion ausgeschaltet, Team Viper auch. Hat es jemand zurückgeschafft? Oder wie? Das ging so. Das war eine Outlodge. Wer nicht sieht, kann ich schießen, ne? Der hat echt einen Granatwerfer. Alter, hält der aus, ey. Boah, Alter, ich hab diese scheiße Wand im Weg, ey. Ja, man merkt schon, das ist eine andere, das ist eine andere Ausnummer. Danke. Ach, schon wieder zweimal gedrückt. Alter, was los heute mit mir? Smartcover hingebatscht und was mach ich? Jetzt. Ja, die Gäle mit dem Rucksack-Hall. Hinaus. Oh, Rucksack-Hall. Ja. Feierabend, Freunde. Das ist immer so ein schönes Feuerwerk. Mal alles einsammeln, dass wir Munition haben, ne? Nein, ich stehe kurz zurück. Wollen wir die Munition nochmal. Geht's da rein, noch so. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Viel schlimmer wird's. Hä? Halt'n Sie durch, Soldats. Die Verstärkung ist unterwegs. Hä? Der hat sich auch wieder Benitez. 24, welche Munition habe ich? Kiste! Medikit. Hier hinten ist eine Kiste, Alex. Nee, voll. Hm, hm, hm. Wo ist denn? Da auch da hinten drin. Ja, wir sind einfach auf ihre Beine. Ich bin einprostet, eventuell. Ich bin einprostet, Alter. Gut, keine. Kommt auch irgendeiner. Das ist aber noch nicht der Boss, ne? Nein, nein. Das ist nur der Boy. Ja, die haben jetzt auch ein Medipack, äh, Medipack, ja, Medipack haben sie schon dabei, aber Medi, ähm, Medik haben sie dabei. Hm. Das hat eine andere Fraktion nicht. Ja, man merkt, das ist hier schon, äh, Häuser-Kampf, beziehungsweise Straßenkampf vom Feinsten. Nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Weikern oder Plünderern oder Klinern oder so. Ist eine andere Automa. Definitiv. Find ich aber gut. Alter, echt jetzt? Sein letzter Schuss. So ein Penner, ey. Alter. Alter. Ernst, auf jeden Fall ran? Ich bin schon wieder. Oh, ja, ja. Knapp dich. Danke. Das war knapp. Alter. Was? Alter. Hab dich. Also du, du kriegst hier einen Schuss ab und bist sofort down, ne? Okay. Kein Wunder, da ist ja auch irgendwo ein Scharfschütze. Ja, knöpft dir den vor? Ja, kann ich grad nicht. Sobald ich aus der Deckung rausgehe, ist Feierabend. Weißt du, wo? Was, wo? Wo er ist? Nee. Ja, hier vor mir. Kleine Striche. Hab ihn. Ja, ha? Fick dich, Junge. Fick dich. 13, 2, zu viel. Alter, das fällt ja gar nicht mehr auf. Ich find's grad schuld. Ich find's geil. Oben links ist einer. Naja, Fick. Hat einer noch ein Scat offen? Oh, halt. Oh. Die blutende Wunde könnte reichen. Oder auch nicht. Ja, so gut. Au. Der Mackel, du bist grad ordentlich. Was war denn das jetzt? Das war der Signature auf dem Sicherheitsflügel. Der große Skat. Was macht der? Hältst mir aus. Ah, okay. Also ich hab noch kein wenig Gefühl an das jetzt. Durch das Eigenheilung-Ding. Ich hab keine Munition mehr in meiner AK, Alter. Bin auch sehr klar. Also auf der Hauptwaffe. Kops. Marco, dein Turn. Was? Alter. Wieso bin ich jetzt? What the fuck? Danke. Ich hab' euch gar nicht gewöhnt. Ach, ich renne jetzt mit meiner Magnum hier durch. Die reißt alles. Okay, oder auch nicht. Da klicke ich schon wieder am Telefon. Wenn die Donaten nicht werden. Ich hab' halt einfach nur grad echtes Problem, dass ich... Ich schieße grad blind. Ich schieße grad blind. Jawohl, der hinten hat keine Rüttung mehr. Hoch den Kopf, rein den Flock. Hopp. Ah, fuck. Na? Ich mach' den Kopf runter. Boah. Zu bekloppt. Hör auf, auf mich zu schießen. Entschuldigung, wenn ich grad mal'n Maul halte, aber... Ich bin grad voll konzentriert. Das ist... Ah. Der Korn. Da fahr' ich jetzt mal, komm' hier hinten rein, in die Deckung, weil... Da, wo wir grad' hergekommen sind, da kommen jetzt der Entfors. Egal, ich brauch' nur Munition. Ich wollt' grad' sagen, hier ist doch... Ja. Vertrauen wir auf unseren Terminator. Feinde im Anmarsch. Deckung suchen und eingraben. Nur einnehmen, was wir auch halten können. Verstanden? In your head. In your head. In your head. In your head. Alter. Saan weh. Da kommt er. Da hinten. Alter. Da ist ein Scharfschütze, den seh' ich aber aus meinem Winkel net. Falls' den grad' mal jemand. Da ist da aber, den grad. Schon wieder nachladen, Alter. Ey, so viele Gegner, ich kann mich nicht entscheiden, wie ich hinscope. Ich auch nicht. Ich nehm' den, nein, ich nehm' den. Den, nein, den. Okay. Jetzt hab' ich grad' den ganz hinten, den bis hier. Oder die... Ja, toll. Okay, alle. Captain Foley, Alex. Captain Foley. Nee, Captain Foley. CPT? Ja, Captain Foley. Alter, ich erschieff' mich selber. Der gehört mir. Der gehört mir. Ich erschieff' mich selber. Ja, komm her, du Drecksau. Ich kann nur einen geben, Junge. Oh, ja. Das kommt davon, wenn wir mal meinen Namen klauen. Zipfelklatscher. Ja. Er ist gleich am Arsch. Er hat schon... Rüstung ist weg. Ja. Und da ist er down. Hopp, du Dreckschaf schützt der Kopf hoch. Ich schieff' grad' irgendwie immer dahin, wo sie sich wegbewegen, ey. Jawoll. Da hat ein NPC umgehauen. Habt ihr gesehen? Oh mein Gott. Ich lad' nochmal auf. Ich hab' einen, ein lila-loop gehabt, ey. Das ist alles grau. Wir haben gewonnen. Mal sehen, wie blüß das ist. Wir haben gewonnen, als ob ihr irgendwas gemacht habt, ihr Strichert. Ihr habt den Finger, meistens noch. Ihr habt'n Finger im Po gehabt und wart' in meiner Schusslinie. Ja, frisst... Und Rang 30 geworden. Yeah. Aufnahme eines Screenshots hier nicht möglich, interessiert mich nicht. So, ja. Mhm. Tagesmissionen entsperrt. Oh, Tagesmissionen entsperrt. Erreichen sie Stufe 30 mit einem Agenten. Gold. Jawoll! Warte, darauf feier' ich! Yay! Die Tagesreise dazu spielt's jetzt auch schwer und dann kriegst du 15 für den X-Maten dafür. Ja. So. Das war noch ordentlich. Das war doch mal richtig schön. Und jetzt? Ja, jetzt würde ich sagen... Das hab' ich mich grad mal warm gemacht, weiter geht's. Russische Konsulat. Das russische Konsulat. Das russische Konsulat. Machen wir noch mal einen kurzen Trip im Safehaus, weil dann sind wir ja dran. Guck dir die faule Sau an, Allah. Achso, er hat sich direkt dahin... Ich geh gleich zum Konsulat. Ja, er hat's ja schon gemacht. Weißt du? Er hat's ja schon gemacht. Aber auch... Wir können ja zu ihm Blitzreise machen. Ja? Stimmt, das geht, ja. Ja, gut. Moment, dann mach' ich jetzt hier... Äh, was? Also ich mach' ne Blitzreise zu ihm. Ich steh' immer noch da, wo ich vorher stand. Was ist jetzt los? Oh! Ja, wenn ich noch in der Reise war, es passiert manchmal. Achso. Okay. Ja. Dann hätt' ich gesagt, wir sagen... Äh, wir sagen uns gleich. Ne, wir sehen uns gleich wieder. Äh, und fangen dann nahtlos an im russischen Konsulat. Auch schwer natürlich, weil das hat ja grad so super funktioniert. Ja. Ja. Wenn man einsetzt einen höheren Schwierigkeitsstufen ab, erhält man bessere Belohnung. Ja, ich hab' einen lila Loot erhalten. Vielen Dank auch, du Penner. Bei Herausforderung kriegst du High End. Sicher. Wobei, komm, ich mach' jetzt überhaupt keine Aufnahme-Cut. Wir ziehen einfach durch. Und dann schneid' ich das einfach. So einfach ist es doch. Ja. Ja. Gut, dann... Wo findest du diese Tagesherausforderung? Ähm, wenn du auf die Karte schaust jetzt, müssten die Mission so Kringelzeilen mit so... Ah, ja. Ah ja, und die muss ich dann auf schwer machen, oder was? Ja, genau. Auch schwer siehst du dann tägliche Belohnung. Oh mein Gott! Mit so einem Ausdrückzeichen. Ah, ja. Moment, Moment, Moment. Das sind immer... Drei Stück sind das immer, die täglichen. Zwei Stück sind auch schwer. Okay. Und eine ist Herausforderungsmodus. Mach' mal schön blau hier. Moment. Ich bin ja... Bei Schwerdnickst du halt 15 Phoenix Marken. Und bei Herausforderung kriegst du 30 Phoenix Marken und nochmal 20 extra. Okay. 20 50. Aber bevor wir reingehen... Obwohl, warte mal. Das heißt, am Tag machst du jetzt nur... Minimum 90 Phoenix Marken. Wenn du drei Sachen machst. Okay. Warte mal... 5000... Sag mal, würdest du eine M4 mit 4,5 Schaden anlegen? Grün? Niemals. Ja, gut. In deinem Fall jetzt wahrscheinlich nimmer. Aber das Problem ist, ich will von dem Scharfschützengewehr ehrlich gesagt mal weg. Ist aber gut. Aber grüne Waffen würde ich allgemein gar nicht machen. Und wenn du jetzt schon blau und lier benutzt teilweise. Ja, stimmt. Okay. Gut. Ähm... Ja, ich sollte vielleicht mal nachladen. Ich checke noch mal kurz das Inventar, ob da irgendwas dabei war. Was? 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 Stimmt, das kann ich eigentlich auch mal schnell machen. Gott! Nachdem jetzt 30 Seiten wir jetzt auch schwer spielen, dann müssen wir eigentlich auch viele Loot Minimum droppen. Okay. Um... Gottes Willen! Äh... 41.700... Auf... 41.000... Dafür kriege ich da... Lohnt sich, nette. Weg. Weg. Ich bin sofort da. Ich gucke nur gerade mal schnell durch. Warte. Ja, wir schauen, ob ich irgendwelche Mods habe, die ich neu aussetzen kann. 272 Rüstung. Gehe die SPS aber ordentlich flöten. Hm. Okay, dann mache ich jetzt doch noch mal einen Cut, wenn es noch einen Moment dauert. Äh... Ja, mach mal einen kurzen Cut rein. Ich mach einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Entschuldigung, dass wir jetzt doch ein bisschen hier die Aufnahme verlängert haben. Aber... Passiert. Bis später.